Was es hier gibt, das sieht sehr gefährlich aus. Ich speichere lieber. Ja, Kugel und zurück und ja, genau im falschen Moment reingesprungen. Genau. So soll es sein. So sieht es aus. Okay. Zurück, zurück, zurück und rein und oh mein Gott. Wow. Okay, ich weiß aber nicht, was man hier machen soll. Was? Ein Kubus. Okay, ich soll einen Kubus drauflegen. Sag da. Okay, ich lege einen Kubus auf. Wir haben ja hier genug Kubus. Darum haben wir nochmal ein paar Kubisse. Die ist da auch nochmal ein bisschen. Ja, das war ein bisschen. Ja, geil. Hammer. Hammer. Dann nehme ich nochmal den Kubus hier mit. Zack. Und dann geht es nochmal nach da oben. Ich soll einen Kubus drauflegen, meinst du? Ja? Okay, dann mache ich das mal. Ich werde erstmal dort den Kubus hinsetzen. Und ja, jetzt ist die Kugel voll am Abschmacken. Oh, no, no. Lass mich in Ruhe. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, ja, ja, ja. Geil, geil, geil. Ja, Hammer. Tschüss. Nein. So. Gut. Was jetzt? Oh, war vor der Kubus. Oh. Oh, wow. Okay. Weißt du, dass das... Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Wo muss... Wo muss die denn am Ende hin? Ich weiß es nämlich nicht. Da oben hin, war? Okay. Okay, okay, okay. Okay, dann machen wir das Blaue einfach da auch drin. Zack. Und dann das Blaue schnell hier auf den Boden. Auf den Boden. Zack. Und jetzt... hoffen sie zur Platze jetzt nicht. Okay, geschafft. Äh... Hoho, yeah, geil. Jetzt bin ich schon wieder hier. Äh, was haben wir jetzt geöffnet? Jetzt müssten wir die Tür da geöffnet haben. Ja. Und jetzt können wir da auch wieder in irgendeinem Bereich beschießen. Äh... Sieht gefährlich aus. Sieht gefährlich aus. So muss man schon sagen, ne? Sieht ziemlich gefährlich aus. Ob wir da einfach so rüber springen können? Ich weiß es nicht. Ich speichere nochmal und... Oh, wir haben es geschafft. Kubus. Ja, Kubus hätten wir mitnehmen müssen. Da hast du recht. Dann gehen wir nochmal raus. Nehmen uns hier einen Kubus. Ja. Geil. Hammer. Okay, jetzt hier, Kubus. Komm mit. Wer sich umdreht, oder? Ach, bekommt den Sack da auch in den Sack. War das so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das, äh, irgendwie so ähnlich. Äh, zack. Gut. Jetzt würde mich mal interessieren, was ich denn... ...da unten wieder beschießen kann. Das ist ziemlich... Oh, wow. Ja, geil. Das war wieder hier so ein Blitzy-Scheiß-Dreck-Teil, ne? So ein Blitz-Dingsbums, was mich immer berät und so. Äh, der Kubus liegt jetzt nicht mehr da. Das ist natürlich klasse. Äh, okay, wir gehen nochmal hoch, einfach. Nehmen uns hier den nächsten Kubus. Hier wieder runter. Dann gucken wir mal, hier müssen wir hin. Da muss der Kubus. Zack. Und speichern. Und hier voll geil rüberspringen, ne? Zack, Kubus rauf. Der Button ist, ich weiß nicht, ist aktiviert. Oder liegt der ungünstig? Der Würfel. Wir können ihn dann mal stützen. Richtig. So, geil. Äh, da, ein Blouse. Ja, geil. Bleib jetzt drauf. Okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, bevor wir da zerbrtzelt werden. Und jetzt geht's aus. Go, go, go. Yeah, yeah, yeah. Okay. Hä? Was war das denn gerade? Zerbrutzen mal. Ja, ich weiß, dass ich da oben raus kann. Das musst du mir nicht sagen, aber ich muss hier erst mal wieder zurück. Okay. Was haben wir jetzt geöffnet haben? Welche? Ja, welche, die da? Die hier unten? Die ist nicht geöffnet. Ja, die muss aber öffnen. Ja, wie, die muss hier... Ja, die muss da aufpassen. Hä? Da liegt du... Auf den Schalter unten. Auf welchen Schalter? Nein. Okay. Auf da. Oh, okay. Okay. Okay, okay. Das wird... Das wird schwierig jetzt. Das wird schwierig jetzt. Da muss jetzt halb drin stehen in dem Portal. Dann kann ich das nämlich machen. Speichern. Dann kann ich nämlich hier hoch. Ha! Geil! Immer schon die Bugs hier im Spiel ausnutzen. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Bug ist. Möglicherweise ist es auch so gewollt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, nee. Und... Ach ja, jetzt muss das Blau wieder dorthin. Und noch mal speichern. Und... Los, 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 los. Schnell rauf. Liegt er richtig? Ah! Okay. Jetzt meinst du, habe ich irgendwas geöffnet, ja? Okay. Guck mal nochmal nach. Ah, du bist... Du bist ein sehr schlauer. Weißt du, bist ein sehr schlauer. Guck mal, was es hier gibt. Und... Da gibt es wieder so eine... So eine total verstörte Kanone. Und du sollst mir hier angucken, habe ich gedacht. Ganz einfache Sache. Okay, dann werden wir uns einfach hier wieder mit so einem Würfel anschleichen. Und den kippen. Oder eine Werkkanone werden wir mal kräftig einheizen. Hier, zack, zack, zack. Die Power of Minecraft, ne? Hahaha, voll lustig. Okay, ähm... Hier müssen jetzt alle Dinger aktiviert sein. Wir haben aber nur zwei Würfel. Das ist nicht gut. Und raus kommen wir auch nicht mehr, weil wir hier nirgendwo Portale ranschießen können. Schreckliche Sache, schreckliche Sache. Dann werden wir einfach mal hier auf den hintersten Beinen die Würfel ablegen, damit wir dann auf den vordersten... Ich weiß nicht. Ich glaube, in der Flash-Version ging es auch, dass man Kanonen raufgelegt hat. Aber das scheint hier nicht mehr zu funktionieren. Okay, dann müssen wir mal sehen, dass wir hier irgendwo n' Würfel herbekommen. Oder vielleicht, wenn wir... Dingsboos machen? Ja, Spackab hier in der Wand. Geil. Hammer. Ja, geil. Nein. Ähm... So übertrieben war es jetzt nicht. Äh, yeah. Geil. Hammer. Yeah. Was muss ich machen? Ich weiß nicht. Yeah. Soll ich noch. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo noch... Ne? So Dingsboos können, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwo rauskommen. Sprich, irgendwo noch einen Bereich finden, wo wir Portale gegenschießen können. Scheint ja eher nicht so. Ich stelle mich noch mal kurz hier rauf. Ich will noch mal gucken an den Seiten ganz kurz. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Oder hier an den Decken, da haben sie ja immer ganz gerne so eine... ...Löcher reingebaut. Hammer. Ah, ihr seid echt Hammer. Ich liebe euch. Henmar Solski. Du bist ein Spacken. Wer da? Ja, ich bin da, ne? Hier, tack. Niemand da? Okay, da. Warte mal ganz kurz. Ziel verloren. Okay, das ist schön nicht zu funktionieren, wie ich mir das gewünscht hätte. So, dann gehen wir... Oh, ja, ja, okay, 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 okay. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay, das ist dumm, was ich da mache gerade. Warten. Wieso muss ich die ganze Zeit husten? Ich weiß nicht. Oh, ja. Okay, der ist jetzt gerade im Schlafmodus drin. Okay, jetzt hat er wieder den Suchmodus. Aber das ist uns egal. Wir nehmen hier schnell den Würfel. Laufen noch mal schnell hinaus. Ja, wie kommen wir da jetzt in seinen Räumchen rein? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall... Ach, das müssen wir gar nicht, weil wir jetzt den Würfel haben. Ja, okay, jetzt. Ja, aber jetzt vermord. Ja, geil. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mal gucken. Äh, Gott. Was ist das hier? Was ist das hier? Da kann man nix gegen schießen. Okay. Weil ich mich mal hier draufstellen. Und dann werde ich mal den Würfel einfach draufstellen, weil ich bin der Überzeugung. Fahrerhaut. Ja, okay. Das... Okay. Machen wir mal hier so ein bisschen Splinter Cell Action, ne? So ein bisschen... Oder was für den Spont. Ich weiß nicht. Oh, ich muss gleich nochmal husten. Wieso muss ich mal husten? Ich weiß nicht. Hier. Okay. Ja, 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 ja. Okay. Jetzt ist die Tür offen. Wir brauchen ja aber immer noch den Kubus. Den bekommen wir. Auf jeden Fall nicht auf diesem Weg. Hm. Komplex. Ich will ja den Kubus. Ich bin... Weil wir brauchen den dann auch, glaube ich. Ich bin... Glaub nicht, dass wir den dann noch... Irgendwie... Bekommen, wenn wir dann... Ach, okay. Ich kann den jetzt von hier nehmen einfach. Dann... Geht das nicht mehr. Okay. Geil. Was, wenn ich den da einfach raufstelle? Hier dann wieder. Und hier das Gelbe hinschieße. Und das Blaue dann... Hier so. Funktioniert das? Ich weiß nicht. Nee, ich muss ja die Tür sehen. Das wird nicht funktionieren. Also der Würfel, der muss dann wahrscheinlich... Doch. Hier denn stehen. Der muss dann da stehen. Gut. Jetzt mach ich dort ein... Blaues ran. Und dann komm ich aber nicht mehr an den Würfel. Okay, mach ich mir mal einen Speicherpunkt. Ich guck mal, was es dort hinten dann letztendlich gibt. Auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, um zu sterben schon mal. Durch diese Laserstrahlen. Und da ist ein Würfel. Da ist der Würfel, den sie brauchen. Hammer. Okay, dann war das doch... Richtig so, dass wir da den Würfel mal für einen kurzen Moment zurücklassen sollten. Und... Dann klettern wir hier wieder mit der Hilfe des Würfels. What the fuck? Was ist passiert? Was ist passiert? Äh. Auf jeden Fall... Ich glaub, die Wände haben dich ein bisschen in der Jahre angeschoben, oder? Ich glaub schon. Ist das so geil, mal husten zu müssen? Dann müssen wir nach unten oder nach oben? Gucken wir mal ganz kurz, was es oben gibt. Oben... Da sind wir grad hergekommen. Dann gehen wir nach unten. Das ist ja... Wahrscheinlich dann richtig, oder? Okay, da ist... Wieder hier so ein Schießer. Machen wir hier so ein Portal hinter ihm. Lassen wir ihn kippen. Ähm. Und jetzt muss ich mal gucken. Jetzt können wir hier wieder ein Portal ran schießen. Und hier rein. Und dort müssen wir hin. Genau. Genau. Aber da kommen wir irgendwie nicht hin. Oder? Kommen wir da hin? Weil wir da ja kein Portal hinschießen können. Irgendwo. Hm. Schwierige Sache, Mr. Jones. Schwierige Sache, Mr. Jones. Wer Mr. Jones ist? Ich hab keine Ahnung. Hab ich mir grad ausgedacht. Hm. Gibt's da oben denn irgendwas? Da oben leuchtet irgendwas. Aber ich glaub, das ist einfach nur so ne... Da ist noch ein Boden. Da ist noch ein Boden. Was im Boden? Hier. Okay. Dann gucken wir doch mal, was es da gibt. Da ist noch ein Boden. Oh. Jan. Das war richtig. Wo ist hier der Würfel? Geil. Okay. Dann haben wir das jetzt auch endlich... Hallo. Äh. Hallo. Ah. Okay. Ich dachte, ich hab die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Aber da hab ich doch an die Decke geguckt. Okay. Dann haben wir das jetzt auch endlich gelöst. Speichern. Und hier raus. Hammer. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Schade. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Einen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Mhm. Wir werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Es gibt quasi Christkuchen, ne? Geil. Hammer. Freu ich mich schon drauf. Okay. Ja. Probieren wir gleich nochmal. Okay. Das funktioniert. Gut. Hallo Mr. Dieser... Dieser... Dieser Stein. Ah. Da ist wieder eine Kanone. Und dann gehen wir einfach hier durch. Ach. Hier, du. Dieser Möbel. Den kann man immer gut gebrauchen. Und... Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ne? Weil mir ist jetzt noch nicht... Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was man in diesem Testraum machen muss. Ähm... Wir müssen wahrscheinlich dort oben hin. Dann springen wir nochmal hier auf diese kleine Plattform rauf. Ja, und ich denke... Ja, ich gucke an die Decke. Was gibt's da? Okay, ich gucke an die andere Decke. Was gibt's da? Naja, ein Loch. Okay. Ein Loch. Hatte ich gestern Abend aber auch schon für den Verflügel. Ach. Lustig. Ähm. Okay. Ähm. Du hast wirklich spitzen Zielgenauigkeit. Weil irgendwie kann da was nicht stimmen, oder? Hier. Ja, jetzt kommt mir hier Würfel. Großer. Großer. Wo ist hier der? Oh Gott. Ja, jetzt. Oh, geil. Yeah, das war das. Okay, das war dumm. Das war dumm. Nochmal neu laden. Ähm. Oh, jetzt haben wir die Würfel nicht mehr. Geil. Hammer. Wow. Zack. Und. Lapp. Und hier kurz wieder ein Portal hinten dran. Hier durch. Den hier umstoßen. Dann den Würfel wieder rausnehmen. Oder? Hab ich den? Ne. Das ist ja hier immer noch am Ziel. Okay. Jetzt nicht. Okay. Dann wieder hier rüber. Auf die Plattform springen. Und jetzt haben wir ihn wieder ins Loch eindringen. Ha, 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 ha. Das wird lustig. Das wird lustig. Gut, und bevor wir da jetzt wieder reinrennen und uns blind von allen Seiten abknallen lassen, dann werden wir hier erstmal wieder speichern. Gut, jetzt müssen wir auch gucken. Wir müssen möglichst schnell beide, ähm, ja, wir müssen das extrem krass. Und ich denke mal, wenn wir den Würfel auf den, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass er mich hier durch das Portal abschießt, auf den Knopf fallen lassen, dann wird diese Tür aktiviert und dann wird wenigstens mal diese Kanone.